Kopf hoch. Ich lade sie auf ein Getränk ein. Morgen früh. Was soll das heißen? Die besten wünsche für ein glückliches neues Jahr. Kann ich sie für einen Moment stören? Möchten sie einen Spaziergang machen? Möchten sie einen Spaziergang machen? Es freut mich, dass ich ihnen helfen konnte. Welche sprache sprechen Sie? Schauen sie mal. Schauen sie mal. Schikoni. Schikoni.